Augen auf bei der Berufswahl, hat man mir mal gesagt. Ich hatte offensichtlich meine Augen fest geschlossen, als ich das gehört habe. Denn jetzt muss ich das hier machen. Achtung, los geht's. Das ist die Seilrutsche bei Superfly. Eine von rund 15 Attraktionen. Der Mann ist der Betriebsleiter Kevin Müller. Schön, dass wir da sein dürfen. Sehr gerne. Seit Dezember habt ihr geöffnet? Für wen ist das was hier? Im Grunde richtet sich das Alter für jeden, also ab 1 bis 99. Wir empfehlen ab 3. Jüngere haben jetzt hier vorzugsweise viel Spaß, aber auch immer mehr ältere Teenager und junge Erwachsene kommen hier öfter her. Muss man irgendwas bedenken, wenn man zu euch kommt? Man sollte eine gewisse Grundkörperbeherrschung schon haben, weil das Trampolinspringen dann doch sehr intensiv ist. Ansonsten Sportkleidung, unsere Anti-Rutsch-Socken, die Superfly-Socken. Das sind die hier, die gibt es bei euch zu kaufen. Genau. Die muss man anhaben, damit man einen besseren Grip hat? Genau. Damit man am Trampolin nicht ausrutscht, weil mit normalen Socken würde man sofort ausrutschen beim ersten Sprung. Ansonsten, ja, das war es eigentlich. Wir sehen im Hintergrund, da ist jede Menge los und da sehen wir vor allem auch, man kann ganz normal auch Trampolin springen. Aber das reicht mir jetzt nicht. Ihr habt hier ein Parcours aufgebaut, was ist das genau? Das ist unser Bounce Run. Er ist mit einem Zeitmesssystem ausgestattet. Man gibt vorne seinen Namen ein, drückt den Start-Buzzer und versucht so schnell wie möglich ans andere Ebene zu kommen. Genau das werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich habe dafür extra hier diesen Brustgurt mit der Kamera, damit Sie daheim ein ganz intensives Erlebnis meiner Bemühungen und Anstrengungen bekommen. Also, dann versuchen wir das mal. Los geht's. Und Knopf ist gedrückt und zack, das erste Trampolin. Und hopp! Wie ackelig ist es. Herr Müller, wie mache ich mich soweit? Soweit ganz gut, nur ein bisschen zu langsam noch. Ach, zu langsam? Ja. Ich dachte, ich bin schnell unterwegs. Und hier noch rüber. Ich merke schon, die Sache ist wahnsinnig anstrengend. Was trainiert man beim Trampolin springen eigentlich? Beim Trampolin springen trainiert man wirklich seinen kompletten Körper. Es geht auf Ausdauer, es geht auf Muskeln, es geht auf Körperspannung. Da ist wirklich alles gefragt, was der Körper zu bieten hat. Und dementsprechend wird auch alles trainiert. Ja. Und ich bin noch nicht durch, ne? Genau. Da kommen noch zwei Sprüge. Wie soll ich denn hier rüberkommen, verdammt? Ich glaube, ich probiere es mal so. Geht auf Kosten der Zeit, aber klappt auch irgendwie. Also, Superfly in Frankfurt, eine großartige Sache. In den Ferien von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten unter www.superfly.de. Einzige Preise ab 16,90 Euro. Ganz genau. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Sehr gerne. Schön, dass du hier warst. Immer gerne. Was zu trinken wir jetzt schon? Das ist anstrengend.